In den vielen Jahren gab es zahlreiche Projekte, die ohne die Kinderhilfestiftung nicht zustande gekommen wären. Unsere Tagesklinik, die bessere Ausstattung der Kinderintensivstation, der Notfallambulanz und eben auch dann als besonderes Projekt die Einrichtung des Baby-Notarzt-Systems. Der Baby-Notarztwagen ist eingerichtet speziell für den Transport von frühen, neugeborenen und unterschonenden Bedingungen, das heißt mit dem Transportingubator, aber auch für die Versorgung von Kleinkindern. In den vielen Jahren der Zusammenarbeit haben wir einige Projekte realisieren können, die sonst nicht möglich wären, wie die Tagesklinik, Kinderspielplatz und eben auch eine bessere Ausstattung der Kinderintensivstation bei uns. Ein Riesendank an die Kinderhilfestiftung für die tolle Zusammenarbeit über diese ganzen Jahre. Dankeschön.